Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause an den Fernsehern und Fernseherinnen. Ich bringe frohe Kunde. Jawohl, ich habe alle Resonanz-Edelsteine gefunden. Nicht ganz ohne Googles Hilfe natürlich, aber ich wollte jetzt nicht ganz Solstheim abgrasen. Zu meiner Verteidigung muss ich auch noch dazu sagen, dass ich in meinem eigenen Video fündig geworden bin, denn ich hatte schon alle Resonanz-Edelsteine mal auf dem Radar sozusagen. Wenn ihr euch zurückerinnern könnt, in Falbtars hatte ich einen liegen gelassen. Schaut den Robert an, beziehungsweise die Zwergenspinne. Ja, da habe ich einen liegen gelassen, weil ich dachte, es ist ein Quest-Item und dann komme ich vielleicht nochmal vorbei. Aber das war natürlich Schwachsinn, hoch 3, weil der Quest ja von uns verlangt, diese Edelsteine von selbst zu finden und uns keinen Quest-Marker gibt. Was fleucht denn da rum? Schau mal. Ist das so ein Schleimvieh? Nee. Schau mal. Schau doch den Riesensack an da drüben. Ich dachte, den hätte ich befriedert. Die gibt es immer noch. Das muss ich klären, die Sachlage. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben mit den Resonanz-Edelsteinen? Die hatte ich schon alle mal in der Hand und habe sie dann weggeschmissen. Deshalb bin ich zurück nach Falbtars, was gar nicht so einfach war, denn der Quest war ja eigentlich... Oh, der schleimt... Du Fidu. Jetzt gibt es einen mit dem... Mit was eigentlich? Drachenfluch habe ich in der Hand. Egal. Irgendwas hat ein Nord immer in der Hand. Natürlich. Manchmal auch das Falsche. Daneben. Oh, er ist schon tot. Deshalb. Da hat mir jemand geholfen. Wer war denn das? Die Spinne war es nicht. Wo ist denn die Freya? Freya war es auch nicht, oder? Naja, sie hat den Pfeil und Bogen in der Hand. Vielleicht hat sie Distanz gewahrt. Puh, ist ja hässlich. Gewöhnlich. Sehr gut. Immerhin. Nehmen wir auch mit. Wir können noch Traglast verkraften. Ja, nochmal von vorn. Schau, die raucht schon. Die ist zwar beständig, aber nicht rauchfrei. Ich hoffe, das ist kein Zeichen, dass sie bald den Geist aufgibt. Ja, es ist wirklich traurig, dass ich die Resonanz-Segelstähne natürlich nicht gleich mitgenommen habe. Aber egal. Jetzt ist es soweit. Wir können endlich nach Cagrometz aufbrechen und das Rätsel lösen. Ein kleines Problem gibt es natürlich noch. Im Rätsel lösen war ich noch nie gerade der Weltmeister. Das heißt, das könnte natürlich auch ein Problem werden. Aber egal. Wir können zumindest damit anfangen, das Problem zu lösen. Vorher hatten wir ja keine Edelsteine, nicht? Wogegen wir eigentlich hin? Das ist, glaube ich, gleich ums Eck. Wir könnten bei Rales noch vorbeischauen. Milore, drüben auf dem Ihrenhof, sollte immer noch Tränke mischen, wenn ihr so etwas sucht. Ganz im Westen. Ja, ja. Der Grund, warum ich nach Rabenfels gekommen bin, ist eigentlich, um meine Sachen abzuladen, erstens. Und zweitens hatte ich gehofft, dass der Kurier hier vielleicht vorbeischaut. In Kargrometz wird er wahrscheinlich nicht sein. Zumindest wird er nicht so weit reisen. Ich weiß nur, einmal in Telmetrien war einer. Aber das ist ja auch nicht so abgelegen. Es geht gewissermaßen gleich ums Eck. Bevor wir keine Nachricht vom Kurier haben, glaube ich, bringt es nichts, beim Rales vorbeizuschauen. Ja, darum gehen wir gleich schnurstracks nach Kargrometz. Wo war denn das schnell? Da? Na, das war Falbtarzt. Da war ich. Und da musste ich die ganzen Anordnungen... Oder wo war das? Irgendwo da. Ja, in Tschadak war ich auch nochmal. Da war auch noch Einstein. Und... Tja, da muss ich alle Würfel nochmal neu anordnen, um da hin zu gelangen. Weil das ist, glaube ich, gar nicht vorgesehen, dass man da nochmal hingeht. Blöderweise. Kargrometz, wir kommen. Wie heißt das so schön? Fehlt dem Nord die Resonanz? Hängt im Schlaf herab der Schwanz? Oder so ähnlich. Altes Nord-Sprechwort. Aber mit Herabhängen ist jetzt vorbei. Wir haben alles. Und noch mehr. Ich bin auch kurz vorm Aufleveln. Stufe 54 ist es diesmal. Hm. Ich bin etwas irritiert, weil... Naja. Könnt ihr euch denken. Die Rätsel werden wahrscheinlich nicht leichter werden. Noch was habe ich herausgefunden. Es ist schon im Inventar. Ich konnte es vorher nicht finden, weil ich natürlich unter Resonanz-Edelstein geschaut habe. In Wirklichkeit ist es aber Kargrometz-Resonanz-Edelstein. Siehst du? Ey, Karstak-Schädel. Oje. Darüber hüllen wir den Mantel des Schweigens. So, fünf Stück sollten eigentlich genügen. Ich habe nicht weiter nachgeschaut. Ich weiß also absolut nichts über das Rätsel. Wie ihr wahrscheinlich bald herausfinden werdet. Ich kann mich nur noch erinnern, es war diese Anordnung hier. Eins. Zwei. Die haben alle unterschiedliche Farben. Oder? Ne, die werden alle grün, wenn sie drinstecken. Oh, das passiert mir nicht. Außer, es ist nicht frisch gewaschen. Dann wird es vielleicht grün. So wie Grün sparen. Was ist jetzt? Ich pack schon mal das. Oh, da haben wir es schon. Oh Gott. Was ist denn das? Schleim. Kann ich da... Ne, das ist eh nur Wasser. Und meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ich sollte ja vielleicht nicht den Drachenflug nehmen, aber... Aber ich will... Ich will mein Schild mal behalten. Darf ich bitte... Ne, ich will mich jetzt mal heilen. Ich habe ziemlich wenig... Ähm... Was habe ich ziemlich wenig? Ja, ewige. Au! Mensch. Hat es meine Spinne überlebt? Irgendwas ist es dann noch. Wenn ich nur wüsste, was genau. Die Spinne ist es nicht, das ist meine. Das da. Ne, das ist es auch nicht, oder? Die ist nicht rot. Scheiße, ich bin ja gleich hin. Heilen und schlagen gleichzeitig geht nicht gut. Mir aufgefallen. Ich glaube, mein... Ah, naja, ein bisschen habe ich noch. Oh, eine Killcamp bei dem Ballista. Schokoriegel. Da höre ich schon rauschen. Und rumpeln. Kleine Twema-Platte. Das ist typisch. Wo ist... Ah, er hat es überlebt. Sie ist wirklich beständig. Beständig. Das ist eine... Na ja, eine Handelskette für... Altenvorsorge, Hygiene oder so ähnlich. Also man kann gebrauchte Damenbinden da kaufen und so Sachen. So richtige Inkontinenzbinden, dreilagig. Aber wir schweifen vom Thema ab. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Wo war denn schnell... War es da oder war es da? Ich glaube, da ist es. Es gibt ja nur zwei. Ja, das ist der richtige. Und da war diese Sphäre, die ich leider gekillt habe, die wäre auch jetzt mein bester Freund gewesen. Ist hier was respawned in den Truhen vielleicht? Ich werde sicherheitshalber nochmal meinen Säbel aufladen. Er ist zwar episch, aber er macht keinen Schaden. Das ist das Problem. Aber das ist mir wurscht. Jeder sagt, das ist lächerlich, dass ich nur so wenig Schaden mache. Aber ich will nicht mehr Schaden machen. Das ist ja... Blöd, weil es... Es entsteht ja überhaupt kein Kampf. Wenn ich mehr Schaden mache. Die werden ja alle nach einem Schlag hin. Was soll denn das bringen? Wo bleibt da die Spannung? Ich brauche würdige Gegner. Schau mal. Ah, das geht noch. Hier scheint freundlich zu sein. Die zischen auch nur. Ich brauche keinen zerbeulten Blecheimer. Was heißt? Ich brauche schon einen. Zwergensphäre. Ich glaube, die wäre doch besser, wie die Spinne. Ich werde den mal entlassen. Hoffentlich wird sie jetzt nicht feindselig, wenn ich sie entlasse. Oh, dein Haustier macht sich auf den Weg nach Hause. Aber das ist doch sein Zuhause. Oh, schau wie süß. Und rauchen tut er auch. Mein Haustier. Das ist aber ulkig. Hoffentlich. Ja. Ihr solltet mir folgen. Ich hätte höflicher gefragt. Uh. Oh. Die ist nicht so niedlich. Ah, dein Zwergenantlitz. Die Zwergen waren nicht gerade die hübschesten. Deutschland sucht den Twema-Superstar. Alles ähnlich. Ich sollte vielleicht... Nein, nicht das! Oh Gott! Was nehmen wir denn? Habe ich den Drachenfluch gar nicht? Nein, den habe ich nicht. Was nehme ich dann? Die Blutschwinge? Die ist nur gut, wenn man beidhändig säbelt. Ich will aber nicht beidhändig säbeln. Aber ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht säbeln, weil... Hier warten nur neue Rätsel auf uns und keine Kämpfe. Hoffentlich. Ja, ich habe es abgeschlossen. Aber jetzt fangen erst die Prüfungen an. Um Gottes Willen. Ich bin nervös. Wie vor der Schularbeit. Was liegt denn da? Ein Centurium-Meister. Also ich war es nicht. Er hat seine Eier noch. Also wenn ich an ihm rumgewerkt hätte, da hätte er kein Eiwerk mehr. Das sage ich dir. Das liegt nämlich genau in meiner Schlaghöhe. Wenn ich so stehe und schwinge, dann... Naja, dann passiert es halt. Da kann man nichts machen. Unfälle passieren. Oh. Lauter Ebenärzt-Sachen finde ich jetzt. Ich müsste mal meine Schmiedekunst ein bisschen aufbessern. Hoho, Diamanten. Leider ist keiner in ganz Solstheim reich genug, dass er mir das Zeug abkauft. Hoho, ein makelloser Diamanten. Hoho, Stahlrimmpfeile und ein schwarzer Zwergenbogen des Schicksals. Ja, heilig sind. Was finde ich denn heute alles? Bin ich gleich wieder voll, oder? Bin ich voll? Noch nicht. Jetzt muss ich schauen, was der macht. Der Zwergenbogen. Weil mein Bogen, der Nachtigall, ist auch nicht von schlechten Eltern. Schau mal, 53 Schaden. 25 Punkte Frostschaden. 12 Punkte Blitzschaden. Das ist ja Wahnsinn, eigentlich, wenn man es genau nimmt. Und der schwarze Zwergenbogen macht 32 Schaden. Das ist schon mal weniger. Dafür habe ich eine 50% Chance für 25 Punkte Gesundheit, Ausdauer der Magika zu absorbieren. Naja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Vielleicht kann ich die Chance noch erhöhen, wenn ich rumschnipple dran. Und ein paar Eisen-Ebenerzbahnen investiere. Finster. Ist es wieder mal. Da geht es lang. Und da geht es lang. Oder bin ich da reingekommen? Ne, da bin ich reingekommen. Okay. Ja, ja, wir müssen systematisch vorgehen. Brauche ich da vielleicht einen Zwergenband gleich? Das sind ja Goldbahnen. Das ist immer zu schwer. So viel sind die nicht wert. Es schaut nur so aus. Ah, gut. Wir wagen uns voran. Irgendwann werde ich jetzt mal speichern dann, weil... Ich habe schon lange. Ich sage bloß, ich brauche jetzt noch irgendwas. Ich kriege aber einen Tobsuchsanfall. Einen richtigen. Ja, jetzt bin ich da oben auf dem Protest. Muss ich mich da auf den Steinstuhl... Ne, da setze ich mich lieber auf den da. Obwohl, der sieht bequem aus. Der sieht betwemert aus. Da hat hoffentlich noch keiner raufgetwemert. Ja, was anderes fällt mir nicht ein, als mich da hinzusetzen. Oder gibt es da noch was, was ich tun könnte? Ich sehe keine Prüfungen nämlich. Scheiße, ein Dreck. Kack in Schmutz. Verdammt nochmal. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, sich da hinzusetzen. Schau, er setzt sich auch hin. Cool. Wenn er nicht so viel Krach machen würde. Das ist ein bisschen doof. So, der Vollständigkeit halber setze ich mich jetzt da auch noch hin. Aber die Hoffnung ist nicht da. Braucht leider Licht. So, dann schauen wir mal, ob es irgendwelche Symbole gibt. Auf dem Stuhl ist vielleicht ein Symbol. Auf meinem Stuhl ist selten ein Symbol, muss ich sagen. Aber vielleicht auf diesem. Ne, da sieht man nichts. Da sieht man auch nichts. Also das Rätsel fängt schon gut an. Ich stehe vor einem Rätsel. Vor selbigem. Und auf der Leitung und überhaupt. Und außerdem. Scheiße. Also das ist ein bisschen jetzt schon peinlich. Aber was soll ich machen? Ich müsste ja zugeben, offensichtlich ist das Rätsel des Rätsels Lösung hier nicht. Weil. Da ist ja nichts. Absolut nichts. Also schaue ich mal in den Raum. Vielleicht ist da was. Kann ja sein. Also ich schaue noch mal davon, dass ich mir sicher bin, dass ich von da gekommen bin. Ja. Genau. Okay. So viel zu dem. Hier ist auch nichts am Weg. Da ist was eingestürzt. Vielleicht. Etwas begraben hier. Macht was wie Sherlock Holmes. Ich schließe das Unmögliche aus und das. Die Lösung bleibt über. Oder so ähnlich. Wie hat es der gemacht? Der Zwergenzenturiummeister. Hat ja auch nichts dabei gehabt, oder? Was habe ich denn genommen von dem? Gar nichts. Dynamokern. Die haben mir schon einmal weitergeholfen in irgendeiner anderen Ruine hier auf Solstheim. Aber. Jetzt im Moment sehe ich. Eigentlich nichts. Verbogen. Bei den Zwergen war wohl so einiges verbogen. Trostloser Blick. Nicht sehr hilfreich. Ja, Freunde. Ich glaube, es wird sehr peinlich zwar, aber... Ich muss weitersuchen und will auch hier jetzt nicht auf den Sack gehen. Ich werde auf jeden Fall selbst suchen, weil... Das interessiert mich jetzt, ob ich da draufkomme. Heuer noch. Gott sei Dank hat das Jahr erst angefangen, sodass die Aussage... Heuer noch mir relativ viel Zeit lässt, draufzukommen. Also, ich schlage vor. Bis gleich. Ich komme gleich wieder. Hoffentlich. Hoffentlich.